Die Lügen der Clash-Presse werden immer schlimmer. Nein, die sind alle wahr. Ich weiß nicht, was der Mann hier erstellen möchte. Das hier, das ist die Oktober-Ausgabe des Magazins Greta. Und was muss ich da lesen? Die Queen jagt Megan vom Hof. Das ist seltsam, denn die Queen ist Anfang September gestorben. Zombie-Queen! Aber zum Glück hat sie vorher noch erfahren, dass Kate ein viertes Baby bekommen wird. Wie? In der gleichen Woche kam raus, dass Kate kein viertes Baby bekommen wird? Seltsam. Pro Woche werden in Deutschland 3 Millionen Klatschzeitschriften verkauft. Das ist so traurig. Seit meinem letzten Video zu dem Thema sind also rund 150 Millionen weitere Magazine über die Ladentheken gewandert. Höchste Zeit sich anzugucken, welche absurden Lügen sich über Stars und Sternchen im letzten Jahr wieder so ausgedacht wurden. Das ist alles die Wahrheit. Ich weiß nicht, was du unterstellen willst. Das ist ganz grausam. Dieses Mal möchte ich auch noch mal genauer in die Magazine reingucken und euch erzählen, was für Quatsch sich da hinter diesen absurden Überschriften verbirgt. Zum Beispiel hier. Schumacher spricht wieder. Endlich meldet er sich zu Wort. Sensationelle... Ist das nicht Fußball, sondern Rennfahrt? Rückkehr. Alles wendet sich zum Guten. Oh mein Gott. Endlich. Was ist passiert? Ein Social Media Post wurde mit alles Liebe von der ganzen Schumacher-Familie unterschrieben. Und Michael Schumacher ist ja Teil der ganzen Schumacher-Familie. Oder hier. Ich hab von dir gar nicht gekommen. Irgendwie hat er, glaube ich, einen Unfall gehabt und da ist irgendwas passiert. Ich hab keine Ahnung. In derselben Ausgabe ganz... Alles über die sensationelle Rückkehr, Digga. Es ist wirklich ganz... ...Ganz England zittert vor ihr, ergattert Meghan sich jetzt den Thron. Oh Gott, was hat sie geplant? Ja, nix. In dem Artikel steht, dass wenn die fünf Leute in der Thronfolge vor Harry alle tragischerweise gleichzeitig sterben sollten, Meghan dann Königin wird. Ganz England zittert schon. Oh Gott. Oder hier. Wer will ihr Glück zerstören? Neues Drama um Helene Fischer. Die Arme. Schuld sind Tom und Bill Kaulitz. Die beiden haben die bestimmt. In Tokio-Tel sind das. Richtig fertig gemacht, oder? Naja, sie haben in ihrem Podcast über Onlyfans gesprochen und dann gesagt, dass Helene sehr viel Geld verdienen würde, wenn sie Onlyfans machen würde. Drama. Ich hatte... Okay, es ist so... Also, ich... Digga. Google lesen. Ich hab gesehen, dass es da stand, aber ich wusste es tatsächlich schon vorher. Von den Bildern. Von den Namen nicht, aber von den Bildern, wo ich es sehe. Aber Digga, also wenn ich diese Zeitung lesen würde, ich würde mir so verarscht vorkommen. Digga, also ich stelle mir vor, meine Oma liest die jetzt. Ich glaube, meine Oma liest die nicht. Also ich sehe die zumindest bei ihr. Sie nie. Aber Digga, man, würde ich doch so verarscht vorkommen, wenn man sieht. Yeah, irgendwer holt sich den Thron und dann steht einfach nur irgendein dummer Scheiß. Letztes... Wer kauft ihn sich denn nochmal? Denk, ja, das war guter Konten. Ich hab schon drüber gesprochen, dass das vielleicht jetzt erstmal... Also ich will dieser Zeitung einen... ...ergeben. ...wächerlich wirkt, aber tatsächlich ernste Konsequenzen für Promis haben kann, die ja auch einfach nur Menschen sind. Erst vor ein paar Wochen... Nein, Promis sind keine Mädchen, das sind Androiden. Von der Medienregierung, denk mal nach. Dieser Clip hier auf Twitter zu Recht viral. Du gehst folgt, fotografiert, schastet, verarscht. Das Klicken von Kameras und die Flaschen von Kameras macht mein Blut zu verarscht. Das macht mich angreifend. Das macht mich zurück, was mit meiner Mutter zu Hause passiert. Was ich als Kind erlebte, was ich als Kind erlebte. Das ist... Weil das bei ihr nicht das... Ach, wie hieß die? Die, die im Autounfall gestorben ist, weil die irgendwie vor Paparazzi geflohen ist. Diana oder sowas? Eine neue Doku von Prince Harry, in dem es unter anderem darum geht, wie die Lügen und der Rassismus solcher Magazine die mentale Gesundheit von ihm und vor allem von Meghan komplett zerstört haben. Und das Problem ist auch in Deutschland seit meinem letzten Video nicht besser geworden. Florian Silbereisen hat Anfang des Jahres erzählt, dass er nichts auf Social Media macht, weil egal was er postet, daraus direkt eine dramatische Headline gestrickt wird. Im gleichen Interview erzählt er, dass vor seinem Haus Paparazzi im Wald campen. Helene Fischer musste dieses Jahr gerichtlich verbieten lassen, dass Klatschmagazine heimlich geschossene Fotos von ihrem Baby veröffentlichen. Also sie hätten natürlich auch einfach stattdessen eine Wahrsagerin das nächste Baby vorhersagen lassen können. Hurra! Oder Fotosensation einfach mit Photoshop ein Baby basteln können, um uns zu zeigen, wie ein Baby aussehen könnte. Tja, haben sie aber alles nicht gemacht. Sie haben das Baby illegalerweise gezeigt, zum Beispiel in der Freizeitwoche. Und da musste das Baby dann hinterher nachträglich rausgestrichen werden. Bei diesem Magazin fehlt zum Beispiel direkt die ganze Titelseite. Tatsächlich wurden auch im letzten Jahr Klatschmagazine wieder so oft für ihre Lügen... Hey, Digga, das ist wirklich, das ist so... Also, ich überlege jetzt, wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich würde es aber fühlen. Weil ich würde ja halt abzeigen, dass die mir anklagen, dass die mir Geld geben. Und dann wäre das diesen. Aber ich glaube, das wäre nicht wirklich so. Ich stelle mir das gerade in meinem naiven, dummen Kopf als eine geile Idee vor. Aber Gott, das ist eine super dumme Idee. ... verurteilt, dass ganz viele digitale Ausgaben inzwischen so aussehen. Blöd nur, dass man das in hunderttausenden gedruckten Exemplaren halt nicht mehr nachträglich machen kann. Und bevor ich jetzt erzähle, was alles laut der Klatschpresse in 2022 im Leben der Stars passiert ist und was hinter den absurden Überschriften wirklich steckt, ein weiteres Argument dafür, warum digitale Magazine sehr viel geiler sind als gedruckte. Kennen Sie das? Sie wollen mal wieder dieses echte, existierende Magazin namens Gartenbahnen lesen, wo Männer auf Gartenbahnen durch die Gegend fahren. Aber die ganze Zeit Magazine im Zug mitzuschleppen ist auch... Ja, so digitalen Magazinen, das ist ja... Jo, die geht ja voll lang. Toll, toll, oh, oh. Oh, geil, Games, die Internet, die Geschichte, toll. Mit dem Code ROB20 kriegt er 5% nur zwei Monate, cool. Kauf, kaufen. Rallye.com. Slash Robbubble. Ich lese euch jetzt mal einen Absatz aus der aktuellen vor und wie dort über Harry geschrieben wird. War Harry eigentlich schon immer so eine Prinzessin auf der Erbse? Er wirkte doch eigentlich recht zufrieden mit dem goldenen Löffel seiner royalen Geburt. Ja, der Tod seiner Mutter war schlimm, aber insgesamt hätten die Rahmenbedingungen dort nicht übler sein können. Okay. Der Tod seiner Mutter, das ist was, was den Klatschmagazin auch 25 Jahre später immer noch gut Geld einbringt. Diana könnte noch leben. Diana, Charles brandt ihren Tod. Diana, gruselig, sie ahnte den Tod voraus. Diana, trug sie ein Kind zu Grab. Diana, haben wir uns alle in ihr getäuscht? Diana, es war Mord und es war Camilla. Aber 100%. Das war... Das ist ja so gammelig. Bei dem Tod der Queen jetzt auch ähnlich. Natürlich wird auch der Gemoll kennen, so gut es geht. Top voll Gold, ein genialer Twitter-Account, dem ihr auf jeden Fall folgen solltet. Der hat das Ganze mal zusammengefasst. Bei der Frau im Spiegel war es ein stiller Abschied. Bei der Woche der Frau hat sie verzweifelt gefläht. Bei der Freizeitwoche blieb ihr letzter Wunsch unerfüllt. Bei das neue Blatt hat ihn Charles erfüllt. Bei der Inn gab es Versöhnung am Sterbebett. Und bei der neuen Frau gab es Drama am Sterbebett. Dass man nicht so genau weiß, was bei den Royals los ist, das war auch schon vor dem Tod der Queen so. Die neue Welt hat sie zum Beispiel schon im März umgebracht. Blitzkrönung, trauriger Abschied von der Queen. Oder die Freizeit Blitz, die wusste... Die Blitzkrönung, die Blitzscheidung, Ding, was ich... ... im Januar ganz genau, dass Charles niemals König wird. Am aufregendsten war aber natürlich mal wieder das Leben von Harry und Meghan. Und der Januar fing eigentlich erst mal gut an. Ihr Glück war perfekt mit einem Baby. Aber dann Zwillinge, die schönste Nachricht. Oder war es doch nur ein Baby? Und ist das Baby überhaupt von Harry? Denn Meghan hat ihn ja betrogen. Diese Verwirrung bringt Harry zum Nervenkollaps. Als Strafe nimmt Charles dann Meghan die Titel weg. Blitzscheidung. Und dann auch noch ein Polizeieinsatz in der Luxusvilla. Jetzt muss Meghan ins Gefängnis. Äh, nee, doch nicht. Was war das denn dann für ein Polizeieinsatz? Ach ja, die Villa, die Harry und Meghan gekauft haben. Da gab's mal einen Polizeieinsatz vor Jahren, bevor sie da gelebt... Dinger! Ach, Dinger, wer... Da muss er sich doch schämen. Wer schreibt denn so einen Schund? ... haben. Dramatischer Januar. Der Februar war dann nicht entspannter. Meghan serviert Harry ab. Es kommt zum Rosenkrieg. Harry wird ihr nie verzeihen. Aber sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein? Denn Harry hat ja Meghan mit ihrer Freundin betrogen. Blitzscheidung. Er flieht zurück nach England und verklagt seine Oma. Aber die rächt sich sofort. Im März geht's dramatisch weiter. Meghan hat einen neuen. Und in dem Artikel kommt dann raus, dass Meghan schon in zwei Jahren US-Präsidentin werden will. Währenddessen kehrt Harry reumütig nach England zurück und versöhnt sich mit seiner Oma. Gut, denn sein Opa hatte ihn ja gerade vorher enterbt. Doch dann findet er heraus, dass Charles gar nicht sein richtiger Vater ist. Und als Rache will er dann seine Stiefmutter Camilla vernichten. Und der Monat endet mit einer riesigen Pleite. Denn, das weiß die Aktuelle, Harry und Meghan müssen Steuern nachzahlen. Und das kann ja nur eins heißen, dass sie pleite sind. Im April passiert dann etwas Verrücktes. Es gibt keine Blitz... Das ist wirklich... Ich kann nicht nachvollziehen, dass irgendwer das liest und dann denkt, gut, dass ich diese Zeitung gekauft habe. Das mache ich doch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesen Case gibt. ...Sondern Blitzbesuch. Oma, verzeih mir, denn ich verklage dich. Doch, Schock. Meghan ist schwanger, doch es ist von einem Liebhaber. Das weiß die neue Post ganz genau, denn... Ein Augenzeuge hat seiner Frau davon erzählt, die dann ihrer Nachbarin und die dann ihrer Friseurin. Das kann nicht wahr sein. Das ist halt wirklich wie ein Memes. Ja, also der Kollege von meinem Onkel, also der hat genau gewusst, dass... Also du standest da. Dann macht Meghan Schluss und nimmt Harry die Kinder weg. Doch das hält nicht lange, denn schon im Mai wird die Queen von den beiden wieder um Geld angebettelt. Die beiden sind total am Ende. Doch dann kickt dieses Mal Harry Meghan raus. Es gibt nämlich Babydrama um ihn. Und dann taucht auch noch eine Scheidungsakte auf. Und ihr wisst, was das heißt. Blitzscheidung, Blitzscheidung, Blitzscheidung! Und dann hat die Blitzscheidung... Und Merkel ist Hitlers Tochter. Das ist wirklich so. Die haben da... Die haben da... Die haben da... Die haben da... Augenzeugen gesehen. Meghan im Juni... Die haben die nur gesehen. Die haben die jetzt nicht gesehen. Also der hat... Also man hat ein Foto von denen gemacht, und daraus konnte man das schon ganz gut schließen, dass das so... Dass der das schon so gesehen haben muss. Und natürlich einen neuen Bodyguard. Also wenn man den Artikel liest, dann kommt raus, die hat einen neuen Bodyguard. Aber auch... Ja okay, das ist halt... Das ist also... Ich möchte einfach sagen, nur maler Clickbait. ...heimlichen Ehemann. So treibt sie Harry in den Ruin. Charles nimmt ihr dafür die Titel weg. Doch dann bereuen sie alles. Aber wirklich nur ganz kurz, denn im Juli heißt es mal wieder... Blitzscheidung! Meghan kämpft trotzdem um die Krone. Und Harry findet heraus, dass er eine Erbkrankheit hat. Der Arme. Denn im August wird klar, Meghan betrügt ihn seit sechs Jahren. Und zwar mit seinem Bruder. Aber Harry ist auch nicht unschuldig. Es gibt einen Skandal mit einer Stripperin. Digga... Was holen die sich denn da raus? Wirklich, was steht in diesen Artikeln drin? Ist völlig außer Kontrolle. Da haben alle große Angst um die Kinder. Und ihr wisst, was das heißt. Blitzscheidung! Im September fanden die beiden dann in der Trauer um die Queen wieder zueinander und machten ein drittes Baby. Das ist allerdings gleichzeitig ein bisschen fragwürdig, denn Meghan hält sich eigentlich für Harrys Mutter. Gleichzeitig trauert sie auch gar nicht wirklich um die Queen, sondern nutzt die Gelegenheit, um mit ihrem Schwiegervater rumzufummeln. Das ist aber auch irgendwie okay, denn der ist gar nicht der Schwiegervater, denn Harrys Vater ist jemand anderes. Digga, was ist denn das? Wer genau das ist, wissen wir aber nicht, denn im Oktober standen schon wieder zwei andere Väter zur Auswahl. Harry macht diese Info schwer krank. Und Meghan nutzt die Chance, ihren Mann ins Gefängnis zu schicken, während sie sich gleichzeitig mit dem Fluch rumschlagen muss, der auf ihrer Villa liegt. Und natürlich gibt es nur einen Ausweg aus dieser Situation, Leute. Es ist eine Blitzscheide! Digga, es ist... Also vor allem auch, warum kann man so etwas nicht verbieten? Das ist ja wirklich... Digga! Also das wird doch alles danach geschwärzt, weil das eine... Falls euch davon übrigens so ein paar Sachen bekannt vorkamen, zum Beispiel diese Headline über Harrys Vater oder diese über Blitzscheidungen... Ja, die waren letztes Jahr teilweise wirklich eins zu eins schon so dabei. Und eine Sache ist mir dieses Jahr auch noch aufgefallen, wie oft Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen sind, auf Titelseiten oder auch laut Titelseiten miteinander. Die sind aber seit vier Jahren getrennt. Aber hier zum Beispiel im Januar, Florian Silbereisens neues Glück. Und was Helene damit zu tun hat. Und ich habe reingelesen, das ist der Satz, um den es da geht. Ich wollte unbedingt, dass Bülent Schälan mal aufs Traumschiff kommt, aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht. Helene hatte sie glücklicherweise. Sein neues Glück! Und Helene hatte was damit zu tun. Oder hier, so glücklich bei Flori. Das Ding ist, das Bild ist aus 2019 und die Story ist, dass Florian Silbereisen inzwischen in Österreich lebt und Helene Fischer einen Auftritt hatte in dem Land Österreich. In jedem Monat. In jedem Monat gibt es solche Headlines. Zurück zu Florian. Heimliches Herzklopfen. Das Glück ist zu. Der Stand sucht. Sucht Oliver Pocher heiratet. Gorilla. Zurück. Helenes Unglück zerreißt sie um das Herz. Holt seine Liebe sie aus dem Tal der Tränen. Und das zeigt echt nochmal, wie skrupellos diese Magazine sind. Die sind sich für nichts zu schade. Denn bei dieser Headline geht es darum, dass Helene Fischer Sympathie mit Menschen in der Ukraine gezeichnet hat, als der Krieg angefangen hat. Und das Einzige, woran die denken, ist ja, jetzt hat sie geweint. Jetzt rennt sie bestimmt zurück zu Florian. Was zur Hölle? Der kann doch ganz andere Klickbezikel rausmachen. Also, der ist es. Hä? Stellt euch mal vor, Jahre nach eurer letzten Trennung seht ihr an jeder Supermarktkasse immer ein Foto oder mehrere von euch und eurer Ex. Oder noch geschmackloser, von eurem schwer verunglückten Mann und Vater. Michael Schumacher. Neue Hoffnung. Wird er doch wieder ganz gesund? Die Familie glaubt jedenfalls fest daran. Anders ist es nicht zu erklären, warum Corinna ein Grundstück auf Mallorca gekauft hat. Michael Schumacher. Endlich sehen wir ihn wieder. Er ist wieder aufgetaucht. Er strahlt an Corinnas Seite. Oh Gott, was ist geschehen? Ja, seine Frau veranstaltet seit zwei Jahren nach der Corona-Pandemie jetzt wieder ein jährliches Reitturnier. Und wenn, und das ist kein Witz, man von der Ankündigung von dem Reitturnier auf der Website auf das Fotoreiter klickt und dann runterscrollt zu 2012, das ist ein Jahr vor dem Unfall von Michael Schumacher, dann strahlt er in diesen Fotos an ihrer Seite. Digga. Digga, was? Klatschmagazine machen wirklich... Juhu, das ist ja wirklich ganz großer Digga. Ich bin so froh, dass ich diese Welt nicht mitbekomme. ...aus absolut nichts eine Titelstory. Und ich glaube, wenn man jetzt verstanden hat, wie absurd die aus solchen Fitzeln irgendwas Krasses konstruieren, dann versteht man, warum Florian Silbereisen einfach nicht mehr auf Social Media posten möchte. Alter, Digga, das ist wirklich ganz... ganz erschreckend, was der Digga. Das ist wirklich ganz erschreckend, das ist ein Musiker Heimann.